Wir sind heute hier zum Kick-Up für ein zweitägiges Festival für morgen und übermorgen. Und worum geht es hier? Um Start-Ups, um innovative Jungunternehmer, die die Zukunft mitgestalten wollen. Wir als Wirtschaftskammer sind mit dabei. Wir setzen auf Start-Ups schon seit vielen Jahren. Wir haben eine Go Silicon Valley-Initiative bereits 2009 gegründet. Wir haben Pitching Days seit 2014. Die nächsten finden übrigens diesen Herbst in Boston und New York statt. Wir sind immer vorne mit dabei, wenn es um Neugründungen geht. Wir haben 112 Neugründungen pro Tag und immerhin bis zu 1000 Start-Ups davon im ganzen Jahr und jedes dieser Start-Ups schafft 2,4 Arbeitsplätze. Also wer, wenn nicht wir, sollten diese modernen, jungen Unternehmer unterstützen auf ihrem Weg in die Zukunft. Die Wirtschaftskammer, Ihr Partner.